Ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Diese Worte Jesu haben heute, in der Zeit, in der wir leben, eine ganz besondere Bedeutung. Online-Exerzitien. Die Liebe Jesu zu dir nach Hause zu bringen, das ist eine neue Erfahrung. Vergangene Woche durfte ich zum ersten Mal Online-Exerzitien predigen, mit 177 Teilnehmern. Die Liebe Jesu so zu kommunizieren, hat mich selber tief berührt. Diese Exerzitien möchte ich jetzt online stellen, öffentlich machen. Der Titel Christus, das Licht der Welt und dein persönlicher Retter. In acht Meditationen wirst du immer tiefer in seine unendlich schöne Liebe hineingeführt. Du kannst die Zeiten selber wählen, zum Beispiel zwei Meditationen pro Tag, von Mittwoch bis Samstag in der Karwoche oder wann immer du willst. Abonniere den YouTube-Kanal Apostelhaus Ratingen und du bist dabei. Bis zum nächsten Mal des findest des Spottern, ausschau, bist du immer tiefer in der Karwoche oder wann immer du bist. Untertitelung des ZDF, 2020